Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Julia Nebeling-Reiser. Ich bin praktizierende Zahnärztin. In diesem Video werde ich euch nochmal Schritt für Schritt zeigen, wie so ein Power-Bleaching bei uns in der Praxis abläuft. Dafür brauchen wir diese spezielle Lampe hier. Und ihr werdet überrascht sein, wie krass der Unterschied ist vom Vorher nachher. Ja, wenn ihr nachher den Patienten seht, wenn die Zähne gebleached sind, und dann könnt ihr mal gespannt sein, was ihr sagt, wie es für ihn war, wie es sich angefühlt hat und ob ihr zufrieden ist. Und wenn ihr Fragen habt, nachher dann in den Kommentaren, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt. Können Sie einmal platzen. Okay. Wollen Sie die Münze auflassen? Ja, bad hair day to day. Achso. So, einmal anlegen. Wir haben uns heute zum Bleaching einmal verabredet. Yes. Eine Frage vorab, warum machen Sie das Bleaching? Ich habe es noch nie gemacht. Und ich würde gerade gerne aufgrund meiner Zerfärbung, ja, dann kann es mal aufhören, dann muss ich besser. Dass die Zähne einfach ein bisschen heller sind. Genau. Und ein bisschen schöner aussieht. Brauchen Sie viel? Nein. Gar nicht. Ich trinke über ein exzessiver Teetränk auf dem Stand. Also, das Bleaching läuft jetzt so ab. Wir nehmen jetzt am Anfang die Ausgangsfarbe, also Ihre jetzige Zahnfarbe. Ja. Wir würden davon auch ein Foto machen, dass wir den vorher und hinterher Vergleich haben. Ich gebe Ihnen auch noch mal einen Spiegel. Ich mache jetzt mit Absicht kein künstliches Licht drauf, dass es wirklich zu sehen ist, wie Ihre reale Zahnfarbe ist. Also, es geht schon mal so Richtung... Eine A-Farbe, das ist eigentlich fast Standard. Ich mache ein Foto. Jeder Zahn nimmt das anders an. Dann fahre ich sie zurück. Dann werden wir mit der Filter zusammen so eine Zahnfleischmaske auf ihr Zahnfleisch aufkleben. Das ist eine Art glüssiger Kunststoff. Ja. Dann werde ich Ihnen so einen Halter in den Mund einlegen. Sie weisen dann auf diese Stege und dürfen dann den Mund nicht mehr öffnen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ich diese Zahnfleischmaske zum Halten gebracht habe, wenn die ausgehärtet ist, ist die fest. Okay. Das ist zum Schutz für Ihr Zahnfleisch, wenn wir dann das Bleachgel auf die Zähne auftragen. Und wenn Sie den Mund aufmachen würden, dann würde alles abreißen und dann müssen wir den Bleachprogramm abbrechen. Das ist der Hintergrund. Was Sie nach dem Bleachen beachten müssen, Sie dürfen die ersten drei Tage keine stark färbenden Lebensmittel zu sich nehmen. Das bedeutet... Also kann ich jedes Wettbewerb machen. Am besten, ja. Mürren, Tomatensauce, Rotwein, Espresso. Eine Tasse Kaffee können Sie trinken, aber bitte kein Espresso, weil der sehr stark konzentriert ist. Also grob gesagt, alles, was viele Farbstoffe hat, bitte meiden. Gut. Der Hersteller sagt 24 Stunden. Ich bin immer lieber auf der sicheren Seite und sage drei Tage. Sie müssen sich das so vorstellen, die Poren von dem Zahnschmelz werden geöffnet und durch das Wasserstoffperoxid, was 25%ig ist, schon hoch dosiert. Dadurch werden die Farbstoffe wie rausgesaugt und diese Poren müssen sich erstmal wieder verschließen. Und das dauert einfach seine Zeit. Und wenn Sie natürlich dann essen, trinken, stark färbendes, zum Beispiel Rotwein, dann gehen diese Farbstoffe sofort in diese offenen Poren rein. Und dann ist das ganze Bleachergebnis für nichts. So, das ist jetzt dieser Halter. Jetzt liegt das. Sie beißen auf diesen Steg und lassen jetzt bitte zugebissen. Jetzt wird zusätzlich mit Watterollen abgepolstert. Wichtig ist halt immer nur Mund zulassen. Und das ist dann ausreichend. Fangen wir jetzt an und den Kunststoff aufkleben. Das ist dieser flüssige Kunststoff. Der ist jetzt ausgeladet und der deckt das Zahnfleisch halt ab, dass das Wasserstoffperoxid, dieses Gel, nicht auf das Zahnfleisch kommt, dass das wirklich nur da oben Zahn bleibt. Trotzdem die Augen geschlossen halten, weil das UV-Licht ist. Dann geben Sie von mir noch das Klöppchen in die Hand. Einmal. Hier brauche ich jetzt ein bisschen mehr, weil er ziemlich große Zähne hat. highway. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Dieser ist jetzt ein bisschen mehr, weil er sich in die Hand zu befinden. Jetzt kommt das nächste Zahnfleisch drauf. Jetzt nehme ich diesen Zahnfleischverband wieder ab. Nein, das hätte ich nicht gegeben, also ich bin mega zufrieden, aber ich bin so happy. Sehr schön, super. Gut Job, vielen Dankeschön. Viel Spaß mit dem neuen 10. Danke. So, das war's. Ich hoffe, das war für euch informativ und ihr seht ja auf dem Foto den Unterschied. Und ja, ich kann euch eigentlich nur empfehlen, wenn ihr Bleaching machen wollt, dann macht es wirklich auf professionelle Art und Weise. Nochmal als Tipp, weil da ist wirklich Kontrolle da und ihr geht mit einem guten Ergebnis wirklich aus der Praxis raus. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, schreibt mir einfach unten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und abonniert natürlich meinen Kanal. Eure Zahnfee, eure Julia. Ja.